Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rigman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und ich muss mich erst mal ein bisschen umgewöhnen. Ich bin in meinem Break Room jetzt eingezogen, meinen neuen Break Room und die Kamera ist jetzt erst mal auf der anderen Seite, weil sonst reflektiert das Licht aus dem Fenster zu sehr und ich will mich hier nicht immer rein rammeln. Verreinrammeln, richtig gut. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu nach rechts schaue, weil rechts immer die Kamera war und wir gucken mal, was passiert, wie das so alles sonst zusammen geht. Ist noch ein bisschen Baustelle und ich habe eine Select Hobby Box am Start. Wir hatten sie schon in den Group Breaks, jetzt auch meine Personal Box. Zwei Autogramme, zwei Mem-Karten sind drin. Wir haben insgesamt zwölf Päckchen pro Box a fünf Karten, also 60 Karten insgesamt. Select umfasst ein 400 Karten Base Set, wobei es da vier verschiedene Level gibt. Wir haben einmal das Konkurs-Level, da gibt es dann 100 Karten von, dann kommt das Premier-Level, dann das Club-Level und dann das Field-Level, jeweils eh 100 Karten. Immer sind auch die Rookies mit dabei, also ist es bei Select wahrscheinlicher, schöne Rookie-Karten zu ziehen als in Prism und in Optik. Und dann klingelt direkt mein Handy und dann machen wir kurz mal eine Pause. Und ich sollte einfach die Sachen auf lautlos stellen. Wir schauen uns gleich nochmal die Rückseite an. Die XRC-Rookies, das sind Rookies aus der 2022er Saison, das ist ja noch eine 2021er Box. Die XRC-Rookies sind zum ersten Mal live, gibt es auch Autogramme von und die waren sonst immer als Redemption drin, die man dann einlösen konnte. Und unsere Lieblingskarten sind natürlich die White Prisms, die Tie-Dies auf 25 und die Zebra Cases. Habe ich was vergessen? Green and Black Snake Skins gibt es, die sind auf zwei. Black One of Wons sind natürlich gefragt, Golds auf 10, wie immer. Die Inserts können auch als Parallels am Start sein, also da fährt ja Panini von Jahr zu Jahr hoch, was das angeht. Und natürlich sind wir auf der Suche nach Rookie-Patch-Autographs. Und dann schauen wir einfach mal, was in dieser Box drin ist. Los geht's. Gucken wir uns auch nochmal die Seite an. Auf der Seite sehen wir es, die ultra raren XRC-Rookie-Cards. Drei Stück davon sind pro Case. Die Autogramme sind natürlich seltener. Ich glaube, es gibt nur fünf Spieler, die unterschrieben haben, aber drei von diesen Base-XRCs sind da pro Case. Case hat zwölf Boxen bei Select, da steht das auch nochmal. Unten ist nichts. Dann schaut euch mal die Rückseite an, drückt das gerne auf Pause, falls ihr das möchtet. Es gibt eine Menge schöne Sachen. Es gibt auch Die-Cut-Autographs, die richtig cool aussehen. So, perfekt. Dann hole ich mir mal die Packs hier raus und habe ein bisschen was durcheinander gewürfelt und dann geht es auch los. Die Box ist von TASC.com. Die Boxen kosten, ja, ihr wisst natürlich, dass ich mich wieder nicht vorbereitet habe und nicht weiß, was die Boxen gekostet haben. Auf jeden Fall über 1K. Und hier ist Aziz Ozzolari mit unserer ersten Concourse-Level-Karte. Ich glaube, im Licht muss ich noch ein bisschen optimieren, aber wir ziehen es jetzt mal so durch hier. Devonta Smith ist unser zweiter Rookie, direkt hinterher ebenfalls. Dann gibt es hier einmal Michael Wick mit diesen Querformat-Karten. Ist ein Insert, ist keine Base-Karte, auch wenn es eigentlich nur so aussieht. Und dann haben wir direkt hier unseren ersten Big Boy, unseren ersten Hit. Dahinter ist Trey Nixon von den Patriots. Und dann machen wir doch nicht lange rum und schauen uns direkt mal das Highlight an. Aber ich habe keinen Filler am Start, deswegen machen wir einen Slow-Roll von der Rückseite. Und könnte eine Patch-Karte sein, könnte aber auch ein Patch-Autograph sein. Und J-H-U. Jalen Hurts. Ich denke, es ist Jalen Hurts mit einem Patch-Autograph tatsächlich. Auf 35, das müsste White sein. Und es ist ein Purple-Patch-Autograph von Jalen Hurts. Second-Year das Ganze. Ein sehr, sehr schönes Ding. Haben wir von Tua schon was gezogen. Das Jersey könnte natürlich ein schöneres Patch sein können, muss ich sagen, hier in der Mitte. Six-Leaves habe ich natürlich auch keine. Doch, hier habe ich welche. Also einmal Jalen Hurts mit dem Patch-Autograph. Einmal Jalen Hurts. In Select alles Sticker-Autographs, also keine On-Card-Autogramme möglich. Jalen Hurts auf 35. Definitiv eine Karte, die dann nächsten Monat in meine monatlichen Ebay-Auktionen wieder geht. Könnt ihr gerne mitbieten. Aktuell laufen auch welche, wenn das Video nicht erst veröffentlicht wird. Oh, jetzt habe ich nach rechts geguckt. Wenn das Video nicht erst veröffentlicht wird, wenn die Ebay-Auktionen schon ausgelaufen sind. So, packen wir mal hier in das Ganze. Und weiter geht's. mit Justin Fields. Also, Justin Fields mit der Base-Concours-Level. Und dahinter ist David Montgomery. Dann haben wir einen Tricolor. Tricolor sieht ebenfalls nach Concours aus. Und es ist Derrick Carr. Numbering gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir eine Redemption. Also direkt unsere Hits hier alle aus dem Weg. Und in der Box ist auch noch Trey Lance drin. Und dann seht ihr auch mal, wie das Premier-Level aussieht. Also, das zweite Level. Einmal Trey Lance mit dem Premier-Level. Dann haben wir unsere Hits ja gleich schon alle aus dem Weg. Aber ich glaube, die Redemption lasse ich dann doch mal bis zum Ende liegen. Auch wenn ich da sonst nicht so ein Fan von bin. Aber die Football-Videos gucken schon zu wenig Leute. Und dann müsst ihr jetzt schwitzen bis zum Ende. Oder ich muss schwitzen. Ich glaube, in den Group Rakes haben wir auch eine Redemption gezogen. Das war natürlich Kyle Pitts. In der Regel sind ja immer Kyle Pitts, Justin Fields auf jeden Fall Redemptions. Aber auch natürlich ein paar schwächere Rookies. Derrick Carr, Tricolor, ist numbering auf 2,49. Und dann schauen wir mal am Ende nach der Redemption. Ich hoffe, Justin Fields unterschreibt auch irgendwann mal seine Redemptions. Ich habe da gefühlt zehn Stück offen. Josh Palmer. Trey Lance. Und das ist das Club-Level. Also hier das drittseltenste Level. Sehr schön. Eine Menge Base-Qubies hier drin für uns am Start. Sensations. Sensations müsste ein neues Insert sein. Gibt es auch als Parallel. Und dann haben wir unser erstes Silver, denke ich, für heute. Und das ist Peyton Turner von den Saints. Und dahinter ist JJ Watt. Also einmal Peyton Turner. Und Trey Lance. Also die Wahrscheinlichkeit, einen der Top-Qubies hier zumindest mit einer Base-Karte zu bekommen bei so einer Box, ist auf jeden Fall gegeben. Und wir machen mal weiter. Mit Nelson Aguilor. Kenneth Gainwell. Und es ist ein Tide-Eye, Leute. Es ist ein Tide-Eye. Oh Gott, ich liebe Select. Wahnsinn. Elijah Moore hintendran mit einem Concourse Silver und Tutu Atwell. Also einmal hier Elijah Moore. Silver, Concourse Level. Oh, und es gibt ein Tide-Eye. Ah, Tide-Eyes sind einfach so sick, ey. Ah! Let's go. Mal gucken. Sieht nach einem Club-Level aus, denke ich. Sieht nach einem Club-Level aus. Da ist unser Rookie-Sign. Mal gucken, ob man bei den Club-Levelen kann man. Erstes Team sehen von unten. Dann schwitzen wir das erst mal das Team raus. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und. Come on. Es sind die Rams. Tutu? Tutu Atwell. Tutu Atwell mit dem Club-Level Tide-Eye. Oh Gott, ein sickes, sickes Parallel. Auf 25. Die 21 von 25. Tutu Atwell. Hätten in den Group Breaks auch eine Wahnsinns-Box. Mit zwei Gold. Eine Gold-Patch-Karte. Eine Gold-Rashad Bateman. Ich glaube, Konkurs-Level und eine Black One-of-One Autograph von J.K. Dobbins. So eine Box nimmt man natürlich dann gerne. Aber so ein Teil der von Tutu nehme ich auch mit. Und dann geht es weiter mit Chris Evans, Travis Etienne, Jalen Waddle. Rookie Selection ist eins der Inserts. Dann gibt es hier ein Silver und es ist Patrick Mahomes. Und dahinter ist mit dem Feed-Level. Das erste Feed-Level für heute ist K'Warn Baker. K'Warn Baker von den Saints. Hier graben sie immer noch mal ein paar Rookies aus, die noch nicht so viele Rookie-Karten hatten bei Select. Und schauen wir mal, was noch so drin ist in der Box. Und hier ist Teddy Bridgewater. Teddy B. Caleb Farley. Und für die 49ers einmal Purple. Ziehen wir erstmal von hinten nach vorne. Russell Wilson noch bei den Seahawks. Und unser Silver ist Kai Pitts mit dem Premier-Level. Die nehme ich auch gerne mit. Sehr schön. Einmal Kai Pitts mit dem Silver. Und dann schauen wir mal, was hier für die 49ers drin ist. Und wir hoffen auf einen Rookie-Shield. Kein Rookie-Shield. Und es ist Jimmy G. Jimmy Garoppolo. Premier-Level auf 75. Purple. Was ganz interessant ist, es gibt verschiedene Karten, die zum Beispiel auf 99 sind. Je nach Level. Also sagen wir mal, bei Concours sind die Reds auf 99. Und bei Premier-Level sind Light Blues auf 99. Jetzt nur beispielhaft. Muss nicht stimmen, die Farbe. Aber von Level zu Level kann es unterschiedliche Nummerierungen, was die Farben angeht, geben. Jimmy G. Und Kai Pitts. Sehr nice. Mit dem Premier-Level Silver. Super schickes Ding. Und dann machen wir mal weiter. Wird auf jeden Fall ein bisschen längeres Video. Ich versuche immer nach rechts zu gucken. Wird ein bisschen längeres Video. Und hier ist Sam Donald. Aber da will man sich natürlich auch die Zeit nehmen. Tutu Atwell. Und hier sieht es nach einem Orange aus. Und dahinter ist wieder Jimmy Garoppolo. Diesmal mit dem Silver. Und Javante Williams. Mit dem Premier-Level-Bass. Jimmy G. Und dann gucken wir mal nach unserem Orange. Und es ist ein Orange-Konkurs-Level. Auch hier kein Rookie-Sign. Es sind die Jaguars. DJ Chark Jr. Er ist numbered auf 49. Also sehr, sehr viele relativ low-numbered Cards bisher. Kann man sich nicht beschweren. Tie-Dye. Purple Patch Autograph. Das Orange hier. Sehr schön. Ich denke, hier wird unsere Patch-Karte drin sein. Jawohl. Denn die haben nicht mit Fillern gearbeitet dieses Jahr. Davis Mills. Justin Jefferson. Genau. Und dahinter ist Troy Polomalo. Gefolgt von Brandon Cooks. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, lose Packs zu kaufen. Von Select. Weil man ja immer die dicken rausbiegen kann, sage ich mal. Oder rausfühlen kann sogar. Es ist nicht Tutu Advert schon wieder, oder? Nee, nee, nee. Es sind... Es ist Tua. Tua Tagovailoa auf 99. Mit dem Patch. Also einmal Silver Patch von Tua. Leider immer noch nicht Player One oder Game One Material. Und dann haben wir mit Jalen Hurts und Tua auf jeden Fall zwei Quarterbacks zusammen, die ein bisschen vor ihrer Scheide-Saison stehen. Also, jetzt oder gar nicht. Drittes Jahr in Coming Tour. Und dann... Es lieben wir nochmal Troy Polomalo und Davis Mills. Vier Päckchen noch. Und dann wird noch unsere Redemption enthüllt. Mit Tony Gonzalez. Zack Davidson. Hat man schon gesehen. Oh, ich habe ein extra C. Nice. Ein extra C. Silver und Chris Carter hinten dran. Jameson Williams. Haut es gerne in die Kommentare, ob der gute Mann was kann. Das ist ein Rookie aus der Saison 22. Also eine von drei, die in dem Case drin sein können, ist jetzt hier in dem Video. Die haben ein bisschen dickeren Cardstock, habe ich im Group Break schon gesagt. Also kann man ruhig in den 55er Toploader tun, bevor man die in den 35er reinquetscht. Jameson Williams von den Lions. Haut mir gerne in die Kommentare, ob der gute Mann was kann. Und gucken wir mal, ob es hier hinten drauf steht. Also es ist auf jeden Fall ein First-Round-Pick. Das ist ja schon mal gut. Legen wir mal da hin. Chris Carter und Rondell Moore. Hinten dran mit dem Feet-Level ebenfalls. Weiter geht's mit Najee Harris, DeAndre Hopkins, einmal Blutchecker, einmal Blutchecker und es ist Kyle Pitts. Let's go. Nice. Hier ist die Kyle Pitts-Box und Zach Wilson mit dem Club-Level-Silver. Let's go. Oh, sehr, sehr schön. Kyle Pitts ist auf 149, die nehme ich doch gerne mit. Superschöne Karte. Einmal Kyle Pitts. Sehr geil. Auf 149, Blutchecker. Super nice. Und Zach Wilson natürlich auch gerne gesehen mit dem Club-Level-Silver. Die Feet-Levels scheinen Hobby-exklusiv zu sein. Selbst in Hobby-Age 2 sind die Club-Level das höchste. Also Zach Wilson nehme ich doch auch gerne. Gucken wir mal, ob ich noch was hier nenne. Ja, das passt so. Und dann haben wir Keenan Allen, DeHop und Najee Harris. Bekommt man einen Sleeve. Also Box gefällt mir bisher sehr gut. Richtig schön. Gucken, was das Autogramm, die Redemption bringt. Das wird dann, sag ich mal, den Fall und den Sieg oder Fall der Box auf jeden Fall. Jaden Hurts im Querformat. Ich habe leider nicht nachgeguckt. Der war Ante Adams mit dem Konkurs-Silver. Ich habe leider nicht nachgeguckt, wie diese SS-Karten heißen. SS-Sensational-Shots oder sowas. Und letztes Pack. Man denkt immer, man hätte eine Black One-of-One, aber es ist auch einfach eines dieser Sensations-Inserts. Aber es ist ein Silver-Phänomenon, was auch immer sehr verdächtig aussieht. Und es ist Justin Jefferson. Die gibt es aber auch als Parallel tatsächlich. Das ist jetzt ein Silver und dahinter ist Sam Ellinger für die Colts. Und noch einmal Shannon Sharp. Also Sam Ellinger. Und Justin Jefferson mit dem Phänomenon. So sieht das aus. Die gefällt mir auch richtig gut. Und dann wird es noch Zeit für das Slow-Roll unserer Redemption. Und dann habe ich doch meine Filler doch hier am Start. Gut. Let's go. Schauen, was Schönes für mich drin ist. Kyle Pitts oder Justin Fields oder doch irgendjemand ganz anderes. Irgendjemand ganz anderes. Nach links wird geschaut. Und Panini Select. Rookie Signatures Blue Prism. Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau. Es ist kein Patch-Autograph. Es ist nur ein Autograph in Anführungsstrichen. Und Karte Nummer 3. Und es ist Justin Fields. Let's go, Leute. Let's freaking go. Bang. Bang, 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 bang. Sehr, 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 sehr nice. Oh boy. Der Mann muss mal seine Sticker und seine Karten unterschreiben. Hab's jetzt nicht im Kopf, auf wie viel die Blue Prisms Signatures numbered sind. Die nehme ich aber trotzdem natürlich sehr, sehr gerne mit. Und Leute, lasst schon mal gerne Likes da für das Video und Abos für den Kanal. Wir machen jetzt noch einen kleinen Recap. Und zwar machen wir das so. Ei, 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 ei. Oder auch nicht. Doch, so machen wir das. Einmal mit dem Orange ist DJ Chark am Start. Und Kai Pitts mit dem Silver Premier Level. Jimmy G mit dem Purple Premier Level. Tie Day auf 25. Hier ist Tutu Edwell. Auch die wird in den monatlichen Ebay-Auktionen landen. Elijah Moore mit dem Silver Concourse. Trey Lance mit der Club Level Base. Derrick Card Tricolor. Justin Fields Concourse Base. Trey Lance Premier Level Base. Tua auf 99 mit dem Silver Jersey. Und dann haben wir Jalen Hurts auf 35 mit dem Purple Patch Autograph. Superschönes Ding. Zach Wilson mit dem Club Level Silver. Kai Pitts mit dem Blue Checker auf 129 müsste es gewesen sein. 149. Und ein XRC, Silver XRC ist Jameson Williams von den Lions. Und dann haben wir noch eine schöne Redemption für mich. Und es ist Justin Fields mit dem Rookie Signatures Blue. Also Leute, ich habe es gesagt. Likes da lassen, Abos da lassen. Gerne die Glocke aktivieren. Damit ihr kein weiteres Video verpasst, schaut gerne auf rigmanbreaks.de vorbei. Für Group Breaks, Grading Service und vieles weitere. Und dann war es das von meiner Seite. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Rigman. Rips. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.